Ankunft in Moskau. Zahlreiche Menschen aus der russisch-ukrainischen Grenzregion Kursk sind einer neuen Aufforderung der Behörden gefolgt und haben das Gebiet verlassen. Grund sind die andauernden Kämpfe mit ukrainischen Truppen. Es ist beängstigend, wenn ständig Hubschrauber über deinen Kopf kreisen. Ich bin gegangen, als es noch möglich war. Auf dem Weg hierher bekam ich sechs Textnachrichten zur Raketengefahr. Auch in der benachbarten Region Belgorod wurden Bewohner des Bezirks Grasno-Juruschskis in Sicherheit gebracht. Laut dem Gouverneur soll es dort im Grenzbereich nach wie vor zu, Zitat, feindlichen Aktivitäten kommen. Ukrainische Truppen hatten in der vergangenen Woche die Grenze zu Kursk überquert und waren mehrere Kilometer auf russisches Gebiet vorgerückt. Der Vorstoß, an dem laut Kiew tausende ukrainische Soldaten beteiligt sind, dient demnach dem Ziel, Russland zu destabilisieren.